Briggs sagt, dass Weird Trash schwerer ist als Kettner. Ist da noch was anderes außer der letzte Straightfall schwer? Ja, da ist halt so ein Chip bei 60. Das ist aber lang nicht so schwer wie der letzte Straightfall. Da musst du so beim zweiten Straightfall, also in dem Chip bei 60, musst du so einmal auf den Boden klacken. Sie sind nicht, was? Ich habe nicht Micro-Click. Ich habe nur ein Mikro-Click. Der einzige Mikro-Click in dem Level ist 23. Ich kann es nicht ohne Mikro-Click zu machen. Ja, ich habe CCC, das ist weird. Ich habe die Endung. GG. Wait, was ist passiert? Ich habe CCC und habe die Endung. Oh, was? Nice, das ist gut. Was ist ein Attempt? Ich bin auch gefragt. Ich habe ihn gefragt. Nein, ich bin von Moskau. Samuel Kotsch. Ich bin von der einfachere Ehe. High-P2 Klauslow. Ich bin von der einfachere Ehe. Ich finde mich, ich habe wirklich sehr hart. Ich habe keine Ehe. Ich bin klar, wie du es meinen Kr Hawk. Ich denke, wie du es trugst. Ich hab ihn. Ok. Ja Ich bin schon mal ein paar Mal Ich bin schon mal ein paar Mal Ich bin schon mal ein paar Mal Oh nein Ich bin schon mal ein paar Mal Oh mein Gott Ja Ja Gg Oh mein Gott Oh mein Gott Du hast du mit dem Stark Ja, so das hat sich gemacht Ich bin schon mal ein paar Mal Okay, now I beat it Nice for you Nice Punch Best team ever Best team ever Du bist fest Okay, du bist fest Okay